ARD Text im Auftrag von Funk 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 An die Backe geheftet, oh mein Gott! Warte! Nooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Noooooooooooooooooooooooooooooooo! I can explain. Box, hier komm mal mal Elfmeter hier, komm! Wir müssen den erstmal zum Elfmeterpunkt kriegen! Ja! Ok ok ok! Nein! Hier geht's schnell! Ich war jetzt auf! Hallo? Hä? Warte mal, was? Hä? Zwillinge! Hä? Wir sind Zwillinge! Was sagt, Zwilling? Ich greife mal kurz das Haus ein. Nein, dann kann ich direkt zu dem Hafen. Ah! Alter! Alter, ich hab nen Zwilling! Hi! Ähm, kann ich dich töten? Kannst du vielleicht dich selber töten oder so? Wir dürfen keine Teamarbeit machen! Wir dürfen keine Teamarbeit machen! Es tut mir leid! 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 Ich will keine Teamarbeit machen! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Ah! Es tut mir leid! Wirklich? Hier war einer. 100% hier war einer. Wo ist der hin? Ich hab ihn doch gehört. Meine Ohren lügen mich nicht an. Wo bist du? Oh, lol. Lol. Hallo, Mr. Bushman. Wie geht es dir heute? Wären Sie bereit, einen Headshot von mir zu kassieren? Ja? Das freut mich. Das freut mich. Ah. Ah. Ehren, Mann. Äh, Ehren-Tatze. Hier ist doch... Hier ist einer. Ha, Leute. Ich bin nicht dumm. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. No. Jebait, bro. Jebait. Jebait. Ne? Ach, du kannst an meine Fein heften. Ja, alles klar, Mann. Oh. Chad hat gesagt, ich soll nicht mit Fein gehen. Oder versuchen. Ja, du kannst halt nichts dagegen machen, ne? Man kann echt nicht viel machen. Dann machen wir doch das erste Haus hier, ne? Soll ich mal. Wie gut ist das Haus gekommen? Ah, Gustav, see you later, ne? I'm dead. Ja, ich... Ja, vor allem der Typ ist zurückgekommen. Der war bei dir, ist zurückgekommen und hat mich getötet. Fuck, Mann. Ja, nie, du kommst gern. Oh, mein Gott. Oh, er hat die neue. Oh, er holt sie alle, Mann. Er ist der größte Bilder dieser Welt. Mach'n Salud davor. Oh. Oh, nee, da sind sie. Oh, lol. Die sind unfassbar shit. Loil, wie hast du den bekommen? Ich hab' ihn gesniped. Oh, der ist der andere. Ich lass' dir den. Oh, danke. Ey. Lega, was sind das für... Was sind das für Leute? Geil. Oh, mein. Wie kannst du da... Äh, Maxi, hier ist jemand. Ja. Oh, nein. Ja, so ist sie hier. Ah. 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 Was war da? Man, der wollte keinen Spaß haben. Ne, wollte der nicht, ne? War der langweiler. Oh, oh. Oh. Oh, sie ist hier. Ich wollte da draußen. Der Versuch war da. Da unten ist einer. Ich sehe deine Nose-Scopes. Bitte nicht. Don't shoot me. Ihr Hund. No, 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 no. No, Skopitmarker. No way. Echt? No, guck in Stream. No. No, warum hat er sich Leben geholt? Warum? Was soll das? Ey, chill nochmal. Chill. Wow. Bro, ich hab gesagt, chill. Chill, chill. 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 Can you not? Please. Oh, man. Ich bin nicht hoch genug geflogen. Let's go. Aber ich falle gekehlt. No, 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 no. Nein. Warum? Warum? Eis auf. Jumppad. Ich hab's gesehen. Zu spät. Was ist das? Wie kann man so Pech haben? Ach, komm. Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr von so Streaming Highlights sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, das hebt unglaublich viel und dauert noch ein paar Sekunden. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie ich diese Highlights spiele, dann schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Oder ihr sucht einfach nach Mexi-Fall. Und wenn ihr jetzt noch mehr fort erzählen wollt, dann klickt doch einfach rechts auf das Spiel drauf. Da kommt mein letztes Video. Und links könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich werde sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Folgt mir auf Twitch. Ja. 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 Ja.